Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Wie man bei Terraforming Mars nicht gewinnt. Wir sind gerade in der Produktionsphase und ich werde leider nicht mehr Startspieler sein. Was immer sehr traurig ist, wenn ich gleich nach unten rutsche, ich bin nach unten gerutscht. Ja, was nehme ich mir denn? Da ist das Rätis recht teuer. Mehlgruppe Pflanzenfresser. Ne, die gefangen mir ja nicht alle nicht so. Die Pflanzenfresser wäre natürlich schon schön, wenn wir schon etwas weit im Sauerstoff wären. Wobei wir wahrscheinlich auch bald recht hoch landen beim Sauerstoff. Ne, dann werden die anderen wieder sauer, wenn ich hier eine Pflanzenproduktion wegnehme. Da bringt Alzarin mich um. Ne. Hole ich mir jetzt den Eisasteroid? Was habe ich denn noch auf der Hand? Das sind halt auch zwei Siegpunkte. Ja gut, dann nehme ich mir den. Da bringt es zwei Siegpunkte. Ich habe ja auch gut Geld vorhin gespart. Da kann ich mir die natürlich auch leisten. Das sehen wir gleich. Auf jeden Fall, die anderen werden wahrscheinlich sehen, dass ich die Temperatur erhöhen kann. Es wird auf jeden Fall definitiv einer der beiden die Temperatur erhöhen, bevor ich dran bin. Ähm, Alzarin hat null Wärme, Kanu hat sechs. Wenn ich Glück habe, fällt es ihn aber auch nicht auf. Aber Kanu wird die Temperatur erhöhen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und? Was machst du, Alzarin? Er kann einen Wald pflanzen. Ja, sag mal. Ach, er hat sich eine Karte. Na gut. So kann er sich natürlich auch keine Wärme verdienen, wenn er immer in die Karten, die Energie in die Karte schickt. Oh, das wäre so toll, deine Stadt jetzt hinzubauen. Aber das geht nicht. Außer man hat eine entsprechende Karte. Warum macht er sich denn so ein Grüngürtel da unten hin, statt direkt um seine Stadt umzubauen? Was plant der? Der hat doch einen Plan. Der hat doch irgendeine Karte, die erlaubt, hinterher deine Stadt hinzusetzen. Sonst würde das keinen Sinn machen. Oh nein, die Haustiere. Nein. Gut. Deiner hat Ecoline, der hat Radhaustiere. Ich habe keine Chance. Und dann hat er auch noch direkt die Hauptstadt. Oh. Ja. Oh, Bürgermeister Kanu. Dir umliegt die Hauptstadt. Ist eigentlich schon jemandem aufgefallen, dass weiterhin der Norden Kanu gehört, der Süden, Al-Sat-Din und ich noch nichts habe? Ich habe keine guten Chancen auf den Sieg, habe ich den Eindruck. Ich bin dran, vor allem, habe ich den Eindruck. Ähm. Oh, keiner hat die Temperatur erhöht. Muss ich die Temperatur erhöhen. Ganz schnell. Bam. Ha. Habe wieder einen Bonus bekommen. Also, ob die mir jetzt absichtlich die Boni überlassen, weil ich gerade hier das aufnehme für YouTube. Ja. Dann hole ich mir noch die beiden. Schade, ich habe kein Titan. Ja. Wo wollen wir denn hin? Ich habe sechs Pflanzen. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn ich mir jetzt zwei Pflanzen schnappe, um gleich auch mal einen Wald zu bauen. In der Hoffnung, dass mir jetzt keiner die Pflanzen wegnimmt. Und dann hole ich mir die Karte. Ne, da hole ich mir doch lieber direkt die nächsten Pflanzen. Ich habe hier genug Karten auf der Hand. Ja, ja, keiner bekommt auch seine Pflanzen. Seine Algen. Jetzt hoffe ich, dass mir... Gut, ich habe jetzt natürlich auch zwei Ersatzpflanzen, aber trotzdem, wenn so ein Riesenasteroid kommt, der zerstört mir auch mehr als zwei Pflanzen. Wäre natürlich auch lustig, wenn einer von denen jetzt den Wald baut und ich dann den Bonus gleich auch noch bekomme. Ach, ich gehe mal zum Naturschutzgebiet. Hallo, Naturschutzgebiet. Auf dem Vulkan am Naturschutzgebiet hier oben, das ist das Land des Kanu. Hier ist die Hauptstadt, deswegen ist er Bürgermeister Kanu. Und der Grüngürtel des Alsarin. Da fliegen Vögel. Hä, da hinten ist kein Wald. Da erstickst du. Wieso fliegen denn da? Ne, das sind Blätter. Das Laub. Hier muss ja ganz schöner Wind sein auf dem Mars. Ja, da ist die Runde abgeschlossen. Was hat er gemacht? Ein überkuppelter Krater. Wo baut er jetzt das Städtchen hin? Da oben? Ich verstehe, seine Handlung hat nicht zurecht. Oder geht denn nicht an andere Plättchen angrenzend? Hm, kann auch sein. Ja gut, und das nächste Welt, das hin? Okay, an den Krater. Wobei ja eher das Naturschutzgebiet aussieht wie ein Krater und nicht der überkuppelte Krater. Oh, schon gepasst? Ne. Windräder. Und dann kommt ja ein kleiner sein, äh, Robinson Industries. Und? Und? Ja, habe ich es nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Ja, ich habe es gesagt. Und, ähm, es ist tatsächlich so, ich bekomme es schon wieder zum Bonus. Die meint das doch mit Absicht. Ja, ich hätte was aufpassen gedrückt. Ui, das wäre unangenehm geworden. Ja. Wo gehe ich jetzt hin? Dann gehe ich mal in den Östen. Der Östen wird dann mein Gebiet. Ja, sehr schön. Ha, bam bam! Und ich habe wieder alle abgehängt beim Terraforming-Wert. Habe ich noch 26. Habe ich die Regulit-Fressper? Äh, hier habe ich immer noch keine... Äh, mal so lange es noch was bringt, weil bald ist der Säuerstoff ganz oben. So. Die geben mir doch mit Absicht alle, äh, alle Boni. Ich habe hier bis jetzt alle bekommen. Nein, wir machen das nicht mit Absicht, das ist totaler Zufall. Wir lassen dich hier nicht mit Absicht gewinnen. Nein. Nur weil du das auf YouTube hochladen willst? Nein. Wir haben ja hier... Ich bin ja schon verleitet in den Chat zu schreiben, ob die das mit Absicht machen, aber... Nein. Soll ich schreiben? Soll ich schreiben? So. Ich würde jetzt sagen, schreibt es in die Kommentare, nur bis die Folge hier draußen ist, dass das Spiel zu Ende. Ja. Also wenn ich gleich auch noch den Gartes Ozean da oben bekomme, dann war es Absicht. Aber das werden die nicht zulassen. Die werden mir nicht den Ozean auch noch geben. Ja, Alzarin, was hast du gemacht? Äh, der Bot für die Kraftwerke. Oh, das war's schon. Gano hat gepasst. Okay. Was mache ich jetzt? Äh, da kann ich mir eigentlich nur die beiden Siegpunkte... Nein, für 13. Daulich mir doch lieber jetzt erstmal eine... Ähm, meine Energieproduktion. Ach, und ich habe hier jetzt auch eine Aktion. Ich darf die Aktion nicht vergessen. Ich habe jetzt eine Aktion. Ja, natürlich. Ich bekomme jetzt nämlich eine Mikrobe. Ja, bitte, danke, tschüss. Und, was hat er gemacht? Hat auch gepasst. Ja, ich würde sagen, dann passe ich jetzt auch mal. Nur, ich nutze das, dass mir jetzt die Macht objekt zu passen, dass ich jetzt die Aufnahme unterbreche. Auf Wiedersehen. Tschüss.